Ja, ihr Lieben, ich melde mich auch noch mal zu später Stunde, 3.05 Uhr in der Nacht haben wir. Einige hatten mich gefragt, kannst du mal zeigen, wie das bei der Sparkasse abläuft, wie das aussieht? Ja, für alle, die wissen wollen, wie das aussieht, weil einige mir geschrieben hatten, Chris, ich bekomme da keine Meldung irgendwie, ich habe nur einen Brief per Post gekriegt, also so sieht das aus. Und man müsste sich dann, glaube ich, hier ins Online-Banking einloggen, um dem Ganzen zuzustimmen. Also hier sind die Bedingungen, Bedingungen, die zum 01.07.2022 wirksam werden. Also anscheinend kann man es hier doch über die App machen. Und hier sehen wir auch, die Sparkassen fangen jetzt auch an, nicht nur ihr internes Ranking zu verwenden im Standardprozess, ja, sondern schaut mal hier unten, Übermittlungdaten an die Schufa ab 1.03.2022. Also wenn ihr einen Kredit bei der Sparkasse oder so beantragt habt, dann war das immer eine Mischung aus internen Daten der Sparkasse. Und dann hat man sich natürlich auch eine Zustimmung geholt, dass man die Schufa-Auskunft verwenden darf. Ja, also das gab es auch schon vorher. Allerdings werden die Daten jetzt automatisch übermittelt an die Schufa, also hin und her. Das heißt Eintragung, Konto etc. pp. Dass ihr da einfach mal Bescheid wisst. Das heißt, wenn ihr dem Ganzen zustimmt hier bei der Sparkasse, dann ja, ab 1.03. Übermittlung von Daten an die Schufa. Ja, das muss man wissen. Ich habe hier ein Konto, was bis ich 30 bin kostenlos ist und danach eh gebührenmäßig anfällt. Das sind die Bedingungen, die ich damals auch unterschrieben habe. Das heißt, spätestens Ende Juli wird dieses Konto sowieso sein Ende finden hier bei mir. Das Sparkassenkonto habe ich einfach nur aus dem Grund, dass es hier bei der Sparkasse Lüneburg ein Giro 30 Modell gibt, das bis zum Vollenden des 30. Lebensjahres vollkommen kostenlos ist. Also seid da auch vorsichtig, gerade die Sparkasse wird da auch einige Dinge verändern wollen. Und genau, was passiert, wenn ihr nicht zustimmt? Die Bank wird natürlich versuchen, mit allen Möglichkeiten irgendwie eure Zustimmung zu bekommen. Sie wird das auch mehrfach anfragen. Und ja, schlussendlich muss man gucken, wie sich das alles so entwickelt. Also ich kann jetzt euch sagen, Commerzbank haben ja auch einige von euch. Bei der Commerzbank ist es so, da hieß es ja auch Zustimm, Zustimm, Zustimm. Beziehungsweise da wurden die AGBs geändert und das wurde dann ja durch das Gericht wieder gekippt, weil das ja gerade in diesem Zyklus war. Bisher keine Gebühren, bei mir gehen auch keine 700 Euro ein, weil Commerzbank, das ist bei mir ein Zweitkonto. Was ich jetzt allerdings ja vielleicht bald mal als Hauptkonto nutzen werde, aber das ist eine andere Geschichte. Aber de facto ist es so, die Commerzbank hat mir auch seitdem sie dieses umgestellt haben, dass da irgendwie Geld eingehen muss, beziehungsweise dass dieses Vorteilskonto, was ich da hatte, nicht mehr so kostenlos ist. Es sind da keine Gebühren oder irgendwie Druck. Also ich habe auch keine Briefe mehr gekriegt. Also auch dieses Jahr zum Jahresende wird da wahrscheinlich nicht mehr viel kommen. Also es wird sehr, sehr spannend, was da dann in 2022 allgemein die Banken machen. Ob sie jetzt wirklich die Kunden dann reihenweise rauskündigen oder ob sie sagen, hey, ein großer Teil der Kunden hat zugestimmt und der restliche Teil, komm, die lassen wir dann halt so mitlaufen. Oder da gibt es ja auch mal das Gerücht, dass diese Direktbanken, zu denen ja auch die ING-Dieber gehört, dass da Mitarbeiter, verlinke ich euch oben rechts nochmal das Video, dass da Mitarbeiter die Aussage, ja, ich glaube, vordatiert bekommen, hey, hört zu, alle Kunden bei einer Direktbank, da gibt es nur ein Kontomodell und es gibt nur eine Preisstruktur und deswegen, das widerspricht sich aber auch, weil ich meine, auch die DKB ist eine Direktbank. Korrigiert mich gerne in den Kommentaren. Und da gibt es ja auch unterschiedliche Konditionen für Bestandskunden und Neukunden. Also es ist alles sehr, sehr spannend. Und ich bin sehr, sehr gespannt, was da in 2022 alles noch so passiert. Und ja, wenn ihr Fragen habt, einfach unten in die Kommentare eure Meinung auch sehr gerne rein. Und bis zum Nächsten.